so hallo und herzlich willkommen liebe leute heute mal afk geld vergehen auf legalen wege leute muss ich euch mal vor abgang ist ein legaler weg mal vor kaffee nicht gebangen also von daher ist ein legaler weg und es ist auch kein grüß und alles also von daher vor die leute gegen diesen grüß knagen ist es nicht und vorab muss ich noch erwähnen das ist für leute die können länger werden das ist nicht für anfänger warum und weshalb weil ja gar geld für bauch man braucht gar kapital man braucht dafür ungefähr 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 acht millionen bauchte dafür so ungefähr weil ihr braucht ein paar lachen dafür und das wollte ich jetzt geschehen guacht müsst ihr euch jetzt mokola cup kaufen jetzt geht ihr hier auf die webkarte kauft euch mokola cup bevor es hochgehen kann muss ja auch mal mokola cup kaufen ist egal wecken ihr kauft ja kauft euch mokola cup gut ist so wenn ihr euch mokola cup gekauft habt ich gehe davon auch ihr habt euch mokola cup gekauft ist egal wecker leute es ist gleich egal so gegen fliegt ihr kommt eurem mokola cup hin oder farking ich weiß ja nicht ob ihr mokola cup oder nicht ich gehe erstmal davon auch so dann guckt ihr jetzt vorher guckt euch auch mal ein mokola cup wenn ihr mokola cup gekauft habt amen so in meinem fall ich habe mich angemelgt so jetzt gefahr ich jetzt gefiege ich komme ein mokola cup in meinem fall ich fliege hin weil ich habe das wegen mokola cup und ich fliege damit hin so so gehen begeben auch mal kummer cup gab es mal da könnte ich auch noch kassen kaufen so gehen mal rein ich hoffe ich will euch ein bisschen leute um geld zu machen deshalb das ist afk das ist wirklich afk und ja wie gab man braucht dafür gar kap ich habe ungefähr acht millionen sieben millionen bauchern dafür so gruppe geschickt so gehen geht euch an euren pc sowie in meinem fall geht euch an mein pc hier so jetzt geht euch an einmal ein guter charakter go wichtig cooler weg ist ihr müsst ihr öffentliche lobbyger vergleichen dass ihr in euren pc gehen könnt so so wenn ihr hier hängen und kauft euch jetzt hier unter dem hier auf unternehmen kaufen ja ich will das gäste kugier ist unter dem hier auch egal weg ist sollte wenn ihr alle habt könnt ihr am meisten geld machen also ich würde euch empfehlen alle unter dem kaufen jedes unter dem einmal kaufen einmal kaufen einmal kaufen kokain labor und gewalt gefolgt jedes unternehmen einmal kaufen hier gibt mir verknüpfen 5 unternehmen hier unter dem einmal kaufen wichtig kubel weg ist die eigentlich kommt bezogen mit ihr machen so das ist kubel weg und da könnte ich möchte auch alle verbecherungen kaufen also bei irgendeinem unternehmen möchte alle verbecherungen kaufen alle verbecherungen wird ja alle kaufen bei euren unternehmen so jetzt gehe ich jetzt gar habt ihr die unternehmen euch gekauft so jetzt kann ich weiter gehen die unternehmen habt ihr euch jetzt gekauft jetzt müsst ihr euch natürlich für eure unternehmen dahin begeben und müsste eine eigentlich kommt das zogen machen die kann ich euch jetzt den leider nicht sein leute weil wir mir kann alles ein richtig ist aber ihr müsst könnt ihr euch alle verbecherungen kaufen und jetzt wollte ich euch jetzt bei meinem unternehmen auch kein so wie man mal hin kommen wir hier und und fingen mal um so ich halte ich mal so hin da ist aber wichtig zu erwähnen dass hier alle verbecherungen ich kaufe ich habe euch das jetzt auch gar nicht alle verbecherungen gekauft habe ihr müsst euch noch mehr kaufen aber ich habe wenigstens gleich noch also bleibt gangen leute das ist wichtig damit könnt ihr gut geld machen muss ich sagen aber ich meine ich kann nicht die unternehmen bei mokoa cup die meine ich nicht leute die meine ich nicht aber die müsst ihr kaufen von die gache dass ihr das afg machen könnt weil ich euch jetzt hier zeige so jetzt geht ihr hier hin könnt euren unternehmen ihr könnt am meisten geld machen wenn ihr alle unternehmen habt dann könnt ihr am meisten geld machen liebe folgende aber ihr müsst bei unternehmen auch gar nichts machen also wir gar nichts machen so so ich habe hier alle überhaupt alle verbecherungen gekauft wie er geht aber hier ist ein ganz anderes ihr müsst hier die verbecherung kaufen also verbecherungen alle kaufen ich muss jetzt mich hier ist und an dem eigentlichen kann denke ich mal weil ich denke mir gar nichts kompieren kann dass ich die verbecherung alle kauft also alle verbecherungen kaufen bei eurem mokoa cup und daneben alle verbecherungen gekauft guck habt ihr das gemacht habt alle verbecherungen gekauft wunderbar jetzt war sicherlich muss ich gelaufen vorreden geholt wenn man unternehmen nein das geht nicht weil ich euch hier jetzt noch braucht so jetzt habt ihr die unternehmen und ihr habt mokoa cup jetzt könnt ihr natürlich gegen nachgub kaufen ja es funktioniert mit dem nachgub Leute ihr kauft euch jetzt nachgub liebe folge egal ob ihr euch jetzt gegen hier kauft wo ihr gegen kauft und gab hier natürlich auch wieder gegen eine rolle ist egal welchen nachgub ihr euch kauft egal so so nachgub bekommt dann begibt ihr euch für nachgub im nachgub ist natürlich auch eigentlich kompension und alles wieder machen das kann ich euch jetzt nicht zeigen weil das habe ich alles gemacht liebe folge deshalb kann ich euch das leider nicht zeigen so wir gehen mal nachgub wo ist der gucke hier nachgub so und bei nachgub angekommen gehen wir jetzt mal rein so reingehen gegen alten hagen so reingehen wo ich mal rein liebe folgende und das ist ein legale Geld mit Koga also von gar her ihr könnt gerne mit gut Geld machen ist legal von gar her könnt ihr gut Geld machen und guern noch auf K also besser geht es mich so dann geht ihr erst hier hin am PC wenn ihr euch hier nachgubbe kauft habt macht gehen dann könnte ich hier eigentlich kompension und alles habe ich ja alles gemacht wie grad dann geht ihr auf alle fälle hin kauft euch alle Verbecherungen die Verbecherungen sind nicht billig muss ich sagen man braucht mindestens 8 Millionen bis 7 Millionen weil das alles teuer ist die Verbecherungen die Verbecherungen alle kaufen bei nachgubbe alle Verbecherungen so ich habe hier noch Leute hier die arbeiten für euch die arbeiten für euch ihr müsst gehen natürlich ein teilen und deshalb bieten eure Mokola-Koop-Unternehmen eine Rolle bei der Nachgub also die Waage die Lieferung die wir hier verkaufen können die läuft über die Mokola-Koop-Unternehmen ab also und wie mehr Mokola-Koop-Unternehmen ihr habt und wie mehr ihr habt und wie mehr Mokola-Koop-Unternehmen ihr habt und wie mehr Geld könnt ihr mit den Nachgub machen also wenn ich jetzt vier empfangen ich gucke meine PS4 jetzt gelaufen lachen würde ich wolle jetzt meine PS4 vier empfangen ich gucke laufen lachen und vier empfangen ich gucke in GKA-Günge bei und wolle nicht offline gehen oder so wie ihr habt wichtig ist wenn ihr das macht ein Golke vier empfangen ich gucke die PS4 anders oder jetzt ein GKA-Günge bei vier empfangen ich gucke wichtig zu erwähnen ist macht ein Gummiband rum weil euer Charakter muss dich bewegen und noch zu erwähnen ist macht ein Pivake Lobby weil dann kann euch keiner abfacken macht ein Pivake Lobby macht ein Gummiband um euer Gummiband rum dass euer Charakter nicht bewegt der Charakter muss dich bewegen der GKA-Charakter muss dich bewegen weil sonst wiegt ja auch Lobby auch und dann könnt ihr AFK-Geld vergehen wenn ihr alle Unternehmen habt gucke ich ich habe alle Unternehmen und wenn ich gar nicht vier empfangen ich gucke laufen lachen dann hecke ich in vier empfangen ich gucke hecke ich irgendwie viel eine Million hecke ich gucke eine Million hecke ich gucke AFK vergehen liebe Freunde AFK hecke ich eine Million vergehen eine Million hecke ich vergehen wenn ich gar nicht vier empfangen ich gucke laufen lachen würde wie ihr sagt wenn ihr alle Unternehmen habt vergehen ihr eine Million und der Nachgub der läuft AFK ihr könnt mir Sorge machen nebenbei der Nachgub läuft AFK liebe Freunde AFK läuft der Nachgub AFK also wenn ich jetzt gewollen wolle hätte ich mir jetzt hier hingeholt hätte ich mir jetzt hier hingeholt hätte ich mir im Piraten Lobby gemacht hätte ich mich jetzt hingeholt hätte ich mich jetzt hingeholt und hätte ich jetzt eine Gummibahn rumgemacht um meinen größten dass mein Charakter nicht bewegt und dann hätte ich jetzt AFK Geld verdient ich weiß vier empfangen ich gucke ich gucke das dauert lange vier empfangen ich gucke bis kein Nachgub also bis gehe feuer ist bis kein Nachgub feuer ist das eigene Million macht ist lange aber ist gut Geld muss ich mal gar nicht aber wenn ihr alle Unternehmen habt und ihr müsst bei allen Unternehmen Verbecherung alle gekauft haben alle Verbecherungen müsst ihr bei Nachgub gekauft haben bei einem Coa-Grupp Unternehmen müsst ihr alle Verbecherungen gekauft haben dann könnt ihr mit Gabel eine Million verdienen in vier empfangen ich gucke liebe Freunde wer noch Onzeit gefangen hat einfach bei PHN mir eine Gefolgeverfahren schicken mein PH4 Name ist in der Kanal Info und ja dann kann ich euch nämlich weiterhelfen falls ihr noch Onzeit Fragen habt oder gebt mir einfach über die App über die Wollte auch noch Fragen beantworten liebe Freunde und ja so kann man gut Geld machen und das ist auch legal also von daher Leute besser geht es gar nicht und ja wie gesagt ihr müsst bei allem Coa-Grupp Unternehmen alle Verbecherungen sind kaufbar alle alle Verbecherungen müsst ihr gekauft haben und bei Nachkommen auch alle Verbesserungen und ihr müsst gerne die netten Leute hier einkeilen wie ich das gemacht habe ihr müsst die netten Leute hier einkeilen und ihr müsst haben eine Waage für euch und ihr könnt die Waage einfach verkaufen und ihr könnt die Waage einfach verkaufen eure Mika-Mika-Mika-Mika-Mika-Gier ihr habt die Arbecken für euch so wie geht kein Eing-Ogko hier geht Arbecken vor mich ich kann hier einkeilen go teile ich den kein Eing-Ogko hier ein so Arbecken geht wieder wie ihr geht kein Eing-Ogko Arbecken vor mich kann ich auch hier einkeilen ja gemacht kein Eing-Ogko und ihr habt die 5 Mika-Mika-Mika-Gier für euch Waage die ihr nur verkaufen müsst ihr müsst die Waage nur verkaufen liebe Freunde mehr müsst ihr nicht machen und 5 Mika-Mika-Gier kommt Waage für euch produzieren und ihr müsst nichts machen Leute das ist doch geil das mache ich jetzt richtig lange und ich habe auch gut Geld verdient mit den Nachtkopf warte ich zeig euch mal geht hier einfach meine einsam ist keine Eing-Ogko gar kein 30 Millionen habe ich mit den Nachtkopf verdient Einnahmen kein 30 Millionen ich habe kein 30 Millionen mit den Nachtkopf verdient liebe Freunde ihr geht was meine Eing-Ogko und ja mega viel Geld habe ich damit verdient muss ich sagen ich bin begeistert also ich kann euch den Lachkopf empfehlen und den Mika-Kopf und dann den Mika-Kaufen wie ihr gesagt Gott funktioniert hat das nicht liebe Freunde so ganz viel Bauch wenn dir das Video hilfreich war gerne lachen Glauben da oben da abonniert meinen Kanal um mehr hilfreiche Videos von mir bekommen und ja bis zum nächsten Mal liebe Freunde guck auf 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 Ich bin der Welt, ich bin der Welt, ich bin der Welt, ich bin der Welt. Ich bin der Welt, ich bin der Welt. Ich bin der Welt, ich bin der Welt.